Alle jetzt ja noch! Griffkampf, Heidi! Griffkampf! Eingriff am Rewehr, einen am Arm! Close guard! Close guard! Close guard! Ich weiß auch nicht, ey, der hat auch schon ein Guard-Pull gemacht. Auch beim ersten Match, das habe ich nicht verstanden, was der da will. Butterfly Sweep! Na ja, versucht er die ganze Zeit. Hoch, hoch, hoch! Zwei Punkte Sweep! Ja! Kopfkontrolle, Kopfkontrolle, Fati! Yeah! Sprawl aus! Fati, Sprawl aus! Sprawl, Sprawl! Sprawl, Sprawl! Close guard! Close guard! Close guard! Butterfly! 2,5,6,3! Das wird nicht sein, nein, 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 nein! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Boah, Alter, was hat denn der für einen Griff da? Ja, das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Hand ab. Und das kann ich. 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 Runterklegen. Schnapp ein Revers hat hier. Und bei dir oder? Das kann ich. Das kann ich. Griff ein Revers. Armbar. Arbeite. Hoch. Zieh. Schienbein über den Kopf. Schienbein über den Kopf. Er hat keine Kontrolle über die Schulter. Das geht nicht. Komm hoch. Komm hoch. Hoch. Hüfte drüber. Greif den Kragen. Zieh ihn zu dir. Greif die Hände. Greif die Hände. Ja, ja. Ja, ja.